Na Leute zusammen, mich hier ist wieder heutzutage und schau ich wieder für euch in Shedderlands unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder nach längerem 5 Paragon Kisten öffnen und dazu war ich schon wieder ein bisschen fleißig und schwar. Ich habe ein paar Kisten gefarmt, einmal bei den Erleuchteten und dann hier nochmal Vorräte der Wilden Jagd. Ich habe noch ein paar mehr Erleuchteten Kisten, ich habe nämlich ein bisschen Ruf vorgefarmt, die ihr hier seht. Einmal sind wir jetzt nochmal bei 15 Karuf, heißt ich kann nochmal eine zweite Erleuchteten Kiste rausholen. Und selbiges habe ich dann auch einmal noch auf dem Hunter hier, da habe ich auch nochmal eine Erleuchteten Kiste und zusätzlich dann noch ein bisschen vorgefarmt, 18.000, sprich nochmal eine Kiste. Ich muss die jetzt auch bald mal aufmachen, sonst overcap ich und ja, dann ist es ein bisschen blöd. Also man kann nur bis 19.999 glaube ich farmen, heißt drei Kisten gleichzeitig kann man gar nicht haben. Gut, ich würde sagen, die machen wir jetzt gleich mal auf und vorher schauen wir mal rein, was ich noch brauche. Auch bei der Vorratskiste der Wilden Jagd brauche ich noch eine Soul Shaped Gestalt, die irgendwie seit Ewigkeiten nicht droppen will. Ich hoffe, dass die jetzt mal drin ist, dann fällt nämlich die Wilden Jagdkiste endlich mal weg. Und das andere, warte mal, bei den Nightfall bin ich noch? Ja, passt. Und das andere ist hier die Truhe der Erleuchteten Mittlers und da ist noch ein Haufen Stuff drin. Denn unter anderem sind es halt sehr viele Rücken-Items, das sind Transmog-Sachen, die kann man theoretisch auch im Auktionshaus kaufen. Dann sind es ein paar Waffentransmog-Sachen, auch die kann man theoretisch im Auktionshaus kaufen. Ich hatte das letzte Mal, glaube ich, eine Axt drin, die ich dachte, ich kann die auf den Twink schicken und lernen. Aber nein, das ist leider ein Max-Level-T-Mog-Teil, also ein Stufe 60-Ding. Und da ich auf Blackmog keinen anderen Stufe 60-Char habe, der eine Axt tragen kann, ist eher bitter. Wobei, ich habe ja jetzt mittlerweile, kann man die Sachen auf die Horde schicken. Müsste ich meine Hortenshars auf Blackmog mal leveln? Ha, vielleicht, mal gucken. Und ja, was ich sonst noch brauche, ist einmal ein Plan kann drin sein, also so ein Plan für den Mount. Dann kann noch eine Soul-Shape-Gestalt drin sein, ein Toy- und ein Inji-Item, wobei das Inji-Item kann ich, glaube ich, nicht kriegen, weil ich mit sowohl dem Druid als auch dem Hunter kein Inji bin. Gut, ich würde sagen, fangen wir an, machen wir die erste Erleuchtetenkiste auf. Okay, da war ein Haufen Stuff drin. Wir haben einmal einen T-Mog-Umhang. Den können wir gleich mal lernen. Der ist 50.000 Gold theoretisch wert, wir lernen den jetzt aber. Dann haben wir einmal rausgekriegt das Spielzeug, was sehr nice ist. Und sonst war noch ein Haufen Mads drin, wie ihr hier seht, da sind richtig viele Mads drin. Eine Essenz haben wir auch gekriegt, ja gut, die Mads sind ein paar hundert Gold wert, ne? Nice to have, aber das ist jetzt, vielleicht sind es zusammen ein bisschen über 1000 Gold. Gut, die Essenz ist 3K wert, ja, ist nett, aber das Beste an der Geschichte ist tatsächlich das Toy. Das habe ich jetzt endlich mal, wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir einmal die Vorratskiste der Wilden Jagd auf. Perfekt, einfach wieder nur das Pet drin. Ich hasse dich, Blizzard, dafür. Dann würde ich sagen, machen wir die zweite Kiste hier noch. Gut wäre es, wenn ich den Plan rauskriegen würde, dann hätte ich nämlich die Quest mit dem Char hier. Schauen wir mal, was da so drin ist. Ist da jetzt nochmal dieses scheiß Toy drin? Ernsthaft, Blizzard? Ihr wollt mich doch rollen. Okay, den Stab haben wir drin, T-Mock technisch. Ich glaube, ich sollte das Toy jetzt lernen, aber nicht, dass ich es nochmal kriege, ne? So eine Scheiße. Ah, warte mal, und ich habe, warte mal, habe ich jetzt zwei T-Mock-Dinger gekriegt? Leute, ich habe den gleichen, gleichen Umhang habe ich nochmal gekriegt, ernsthaft? Wait, ne, das ist ein anderer Umhang, den ich schon hatte, okay. Okay, also ich habe einen Umhang gekriegt, einen Stab, den habe ich jetzt gelernt. Und nochmal das Toy, perfekt. Was kann ich jetzt mit dem Ding machen? Das kann ich jetzt wegschmeißen, ne? Schade. Den Plan habe ich leider nicht bekommen, den ich haben wollte. Noch mehr Mats haben wir gekriegt, die wir dann verhökern können. Ja gut, ich will mich jetzt nicht beschweren, ne? Das Toy und T-Mock ist ganz nett. Plan wäre natürlich besser gewesen. So, jetzt schauen wir mal noch zum Hunter und machen da die Kiste Nummer 4 auf. Sag mir jetzt bitte nicht, dass ich... Ich habe schon wieder das Toy gekriegt. Haben die die Dropshops erhöht? Jetzt können wir wegschmeißen. Wegschmeißen hier. Na gut, das war eine Nullnummer. Das war ein Scheißdreck, echt. So. Ich glaube, mit dem habe ich den Plan schon. Also da ist eh Rip. Hier ist die Nummer 5. Uff, da war jetzt ein Haufen T-Mock drin. So, warte, was habe ich hier gekriegt? Ich habe einmal ein Schwert bekommen. Und nochmal einen Rücken. Von den Rückendingern müsste ich jetzt schon einiges haben, oder? Jetzt schauen wir mal drüber. Was fehlt denn jetzt noch? Es fehlt quasi immer noch die Soul Shape. Die brauche ich unbedingt mit Main. Dann fehlt dieses Portal. Das ist für Inji. Dann fehlt noch der Bauplan. Den habe ich mit dem Char, aber mit Main nicht. Und dann fehlen noch einige T-Mock-Sachen. Jetzt gucken wir mal, was fehlt denn noch? Es fehlt noch ein Umhang. Zwei, drei. Dann fehlt noch... Das eine ist, glaube ich, ein Stab. Und was ist das andere? Eine Schneide. Das ist wahrscheinlich ein Schwert, ne? Wobei, ich habe mit dem Main eine Axt gekriegt gehabt. Die konnte ich nämlich auch nicht lernen. Vielleicht ist diese Schneide auch diese eine Axt. Das kann natürlich auch sein. Die könnte ich wahrscheinlich mit ihm lernen, aber mit dem anderen nicht. Ja gut, ich sage mal so. Es waren jetzt ein paar T-Mock-Sachen dabei. Das Toy ist auch nice to have. Da kann man jetzt nichts sagen. Aber lieber hätte ich tatsächlich mit Main die Soul Shape gehabt. Beziehungsweise den Frosch-Plan. Heißt für mich, ich muss jetzt noch ein bisschen weiter Kisten farmen. Und ja, sobald wir dann wieder fünf zusammen haben, dann werden wir da nochmal gucken. Und dann hoffen wir, dass wir den Rest noch eintüten können. Sobald ich nämlich diesen Soul Shape und den Pet-Plan habe, kann ich eigentlich die restlichen Sachen immer hakaufen. Man muss die Kiste nicht unbedingt mehr spielen, glaube ich. Ja, doch. Na, mal gucken. Wenn die halbwegs günstig sind, dann werde ich es wahrscheinlich so rum machen. Gut, das war es für das kleine Opening-Video. Hat mich gefällt, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Tila. Bis dann. Ciao.